Hey Leute, ich bin es wieder von Baseline Fotografie. Heute nehme ich euch mit zu einem Krankenhaus, direkt an der Nordsee, direkt am Meer. Nur 50 Meter von hier weiter weg ist der Strand. Ich bin hier vor einem Jahr schon einmal gewesen, bloß leider, Herr Gottes, ist bis dahin sehr viel passiert. Ich musste leider feststellen, dass hier ziemlich viel randaliert worden ist, ziemlich viel zerstört worden ist. Es sieht nicht mehr so aus wie vor einem Jahr. Leute, ich hoffe ihr habt Bock drauf und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne meinen Daumen da, ein Abo da und vor allen Dingen schreibt mir noch in die Kommentare, was man noch besser machen kann als vorher. Ob es Kritik ist, ob es Lob ist, ist mir völlig gleich. Ich nehme es dankbar an. Also wenn ihr Bock habt, dann bleibt dran. So, also nochmal zum Krankenhaus. Meine Informationen berufen sich darauf, dass es mal eine allgemeinmedizinische, technische Einrichtung ist. Das mit der Nähe an die Nordsee, das war nicht gelogen. Also hier sind wirklich 50 Meter weiter ist der Zugang zum Meer. Ich versuche da nachher nochmal vorbeizukommen und dann kann ich euch das nochmal zeigen. Leider hat sich viel verändert. Also ich habe dieses Place in Anführungsstrichen vor einem Jahr schon mal in Besuch gehabt. Der Zustand war deutlich besser als jetzt. Also hier wurde ziemlich viel randaliert. Sehr viel Vandalismus. Viele Scheiben eingeschlagen. Teilweise schon die Kacheln von der Wand gehauen. Ich muss echt sagen, das stört mich unheimlich. Also das ist schon... Ich sag mal, es muss nicht sein. So, hier sehen wir zum Beispiel noch, dass die Schränke an der Wand hängen, ganz gut erhalten sind. Zum Glück hier noch ein alter Wasserboiler. Ich hoffe, man erkennt das richtig. Dann kommen wir hier weiter zu einer weiteren Nassstätte. So, gehen wir hier mal weiter. Okay, das scheint wohl ein Heizungsverteilerraum gewesen zu sein. Also hier sind wohl mehrere Wasserschlüsse zueinander gekommen. Ähm, ja. Sascha, komm mal her. Was sagt uns das? Okay, Leute. Das ist echt ekelig. Snell raus hier, ey. Das ist ein Henki. Äh. Äh. Ich kann es nicht... Was hast du gesagt? Das sind Titten? Boah. Tatsache. Okay. Für alle, die jetzt das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Das 18. Lebensjahr nicht erreicht haben. Das ist wohl nicht schlimmer, als der Kackhofen. Äh. Das ist Mutter Natur. Das ist ein Lapp. Äh. Äh. Hier, da brauchst du noch Pfand. Boah. Boah, ich kotze gleich echt. Also nochmal schöne Grüße an Mr. Popopolski. Danke für den Tipp. Und danke auch für deine Hinterlassenschaften. Oh, das ist ekelig. Gut, die haben ein weiteres Patientenzimmer. Oh, das machen wir mit der Handel noch. Okay, hier hatten wir wohl die Kleiderschränke gehabt. Kleiderfächer. So ein Stirnfried im Bild. Oh, das ist auch neu. Und das ist ja nicht mehr wirklich, das ist ja keine richtige Kunst, was das hier ist. Das ist einfach nur dahingeschmiert eigentlich. Es sieht einfach scheiße aus. Mal ganz ehrlich. Ich meine, wenn es ein wirklich geiles Bild wäre, dann könnte man ja sagen, so. Boah, geil. Aber es ist hingeschmiert. Es ist einfach hingeschmiert. Einfach scheiße. Oh, nee, ey. Okay, das ist auch ein ganz normales Patientenzimmer. Das ist auch nichts Besonderes. Okay, haben Sie die Schal... Ey. Scheibe eingeschlagen hier. Geil, ey. Das ist natürlich ein schönes Einzelzimmer wahrscheinlich, wa? Wohlmöglich für Privatpatienten oder sonstigerlei. Wahrscheinlich für die Leute, die ein bisschen mehr Geld hatten. Oh, jetzt kommt der Saal. Jetzt kommt der Saal. Guckt euch diesen wunderschönen Saal hier an. Oh. Leute, ohne Witz. Wenn man sich das Ganze jetzt mal ein bisschen belebter vorstellt, ne? Und mit mehreren Personen voll hier. Könnte es eigentlich mal richtig toll gewesen sein. So, den Scheiß, der unten liegt, ist mal ein bisschen weggedankt. Ach, du Scheiße. Das ist voll der Graffiti, der frühe Vogel kann mich mal echt läuten. Okay, das gehört hier definitiv nicht her. Oh, das ist eigentlich ein schickes Wartezimmer. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Okay, ich finde, das hat irgendwie Stil. Schönes runden Fenster hier. Das hätte auch in meiner Wohnung stehen können. Geht ein zu den Toiletten. Okay, das ist ein weiterer Duschraum, wie man es sieht. Zumindest liegt hier keine Wurst drin. Das ist ein weiterer Duschraum. Das ist ein weiterer Duschraum, wie man es sieht. Ha, da steht ein Fahrrad. Ach, was. Okay, hier haben wir noch wieder einen Leitungszweig. Hier sind definitiv Leitungen zusammengekommen. Und wieder eine Toilette. Aber Toilette gehe ich jetzt nicht rauf, da habe ich Angst. Scheiße, ey. Oh, da steht da erstmal ein Fahrrad rum. Ich glaube das nicht. Kletterpark mit Waldbistro. Kletterpark mit Waldbistro. Alles klar, hier kannst du dich erstmal schön hinsetzen. Auch nicht schlecht. Überall Bänke hier in den engen Räumen. Was ist das denn? Bänke mit Tischen, Bänke mit Tischen und so engen Dinge. Das verstehe ich jetzt nicht unbedingt, aber gut, was sonst. Ganzer Raum. Ganzer Raum. so ist nur ein raum schade ist nur ein kleiner raum ist nix besonderes müssen aufpassen rechts was ist denn die tue? hast du da aus dem der gleich kippen? der will uns Wasserbord nun Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das hat sich erledigt, da kommen wir nicht mehr rein Das ist geil mit dem Schachbrettmuster hier, ne? Ja Leute, ich hab euch ja vorhin gesagt, dass ungefähr 50 Meter weiter das Meer ist Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt einfach mal hin Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hoffe es hat euch gefallen, vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020